Das heißt, die erste Aufnahme muss sitzen, sonst muss ich auf die Sendung verzichten und eine meiner Bands kann auftreten. Du brauchst also nur den Splint von dem Scheinwerfer in der Mitte zu lösen? Das Ding fällt runter und die Aufnahme ist im Eimer. Ich kann dich natürlich nicht dazu zwingen, aber du hast dann immer noch eine gute Chance, bei der nächsten Behinderten Olympiade den Preis zu holen.